Hallo Leute, bis zum 11. Juli läuft unser Crowdfunding noch, das heißt es ist gar nicht mehr so lange bis hin und wir sind schon richtig gut dabei, dank eurer Unterstützung. Also ihr habt richtig cool mitgemacht, habt Whisky-Tastings ohne Ende gebucht, es will sogar jemand mit uns wandern gehen, Manni kriegt es kotzen, weil der echt hasst sich zu bewegen, von der ist super, super geil. Wenn da noch jemand mitgehen will, einfach buchen, dann kotzt Manni noch umso mehr, wunderbar, lieben wir. Vielen Dank für eure Unterstützung, bis zum 11. Juli habt ihr noch Zeit die Live-CD zu buchen, danach leider nicht mehr, das heißt merkt euch den 11. Juli, bis dahin ist noch Zeit es auch zusammen mit einem Shirt im Package oder einem Zipper im Package oder auch ganz viele andere tolle Sachen zu buchen, die ihr vielleicht ganz gerne haben möchtet, die euer Leben vielleicht ein kleines bisschen spritziger machen könnten, zum Beispiel ein Skype-Konzert, wo ihr euch wünschen könnt, was wir spielen sollen für euch. Also wie gesagt, 11. Juli ist die absolute Deadline, wir danken euch viel, vielmals für eure Unterstützung und wir freuen uns noch für alle, die uns noch weiter unterstützen und wenn wir unseren Bus haben, verspreche ich euch, unsere Live-Show wird nicht darunter leiden. Wir haben richtig geile Ideen und mit dem neuen Platz im Bus haben wir auch die Möglichkeit, das alles umzusetzen. Ich bin super scharf drauf. Also wie gesagt, 11. Juli ist die absolute Deadline, bis dahin könnt ihr die Live-CD noch bestellen. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht und dann kommen wir mit dem Bandbus zu euch und feiern eine richtig geile Party. Peace out!